Hallo und herzlich willkommen hier beim Landwirtschaftssimulator. So, wir haben uns hier einmal den Seedmaster entleert. Ja, wir sehen es im Inspektor unbekannt, denn der Inspektor kennt kein gebeiztes Saatgut. Er kennt ja einige Dinge nicht, die hier auf der Map verbaut sind. Ja, ist natürlich irgendwo schade, aber ich weiß nicht, ob es sich so leicht dann auch ändern lassen würde. Wir hatten noch ein Vorhaben, noch eine Sache, die wir uns kaufen wollten. Einfach weil das natürlich dann auch wieder dazu führt, dass wir einen besseren Geldfluss bekommen. Dass wir einfach auch regelmäßige Einnahmen haben. Und zwar wollten wir uns hier die BGA kaufen. Geplante Anlagengröße 50, das heißt, die wird natürlich nicht ganz so viel umsetzen. Aber es ist schon mal erstmal was. Und für die großen BGA-Geschäfte können wir uns dann irgendwann einmal die große BGA kaufen. So, also Eingabetaste. Und sie ist uns. Sorry, jetzt habe ich mich sogar noch fast an meinem eigenen Sabber verschluckt. So, dann müssen wir da natürlich mal was reinfüllen. Da nehmen wir uns also ganz ordinär, standardgemäß, unsere Silage. Wie gesagt, wenn wir den Rübenschnitzler, das große, dunkelgraue Gerät, verwenden. Diese Rübenschnitzel können wir auch in die BGA füllen. Der Rübenschneider lädt ja direkt in den Futterdruck ab. Das heißt, da können wir natürlich nichts von verwenden. So, mit den BGA-Extensions ist es folgendermaßen. Wir füllen die BGA auf. Und diese entnimmt sich aus dem Füllbunker jeweils morgens und abends um 8 Uhr. Und füllt sich also damit dann auf. So, jetzt geht mir langsam sogar die Stimme weg. So, und ja, Geld gibt es dann auch nicht wie hier jetzt beim Einfüllen auf einen Schlag, sondern nach und nach. Wir sehen hier TS-Gehalt im Fermenter. Der wäre also wirklich nicht schlecht, wenn wir den noch ein bisschen hoch bekommen. So, mehr passt jetzt hier nicht rein, dadurch, dass wir die kleine Anlagengröße haben. Fütterungsrate haben wir jetzt auf 100%. Da könnten wir also auch, dass ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gefüttert wird. Das hat dann auch wiederum Auswirkungen auf dem TS-Gehalt. Auch wiederum ein bisschen Auswirkungen auf die Generatorleistung. Generell wird also TS-Gehalt und Generatorleistung jetzt am Anfang erstmal noch ein bisschen steigern. Und dadurch bekommen wir dann auch mehr Geld. Jetzt können wir hier auch Gülle für den Gülle-Bonus einfüllen. Und wir schauen mal, Gülle hätten wir auch. Dazu bräuchten wir aber einen Gülle-Wagen. Was hätte denn hier... Ja, der kleinste würde ja reichen, um für so ein bisschen hin und her zu fahren. Wir schauen aber mal, dass 9700... Es gibt ja auch Mod... Äh, das war eins zu weit. Güllefässer... Ah ne, der ist zwar etwas mehr Fassungsvermögen, aber es passt weniger rein. Das heißt, den machen wir nicht. Ja, ist jetzt die große, große, große Überlegung. Machen wir das. Aber da will Gülle im Moment ja sowieso nicht verwenden zum Düngen. Und irgendwann die Gülle sowieso mal wegschaffen müssen. Warum? Dann also nicht in die BGA. Ah, andererseits haben wir Maximalkredit und nicht mehr so viel Geld. Und es ist ja auch noch nicht so megatös viel Gülle. 15.000... Ne, also da warten wir mal noch. So, beschlossene Sache. Da warten wir jetzt mal noch. Einstimmig von mir festgelegt. So, und... Äh, vorwärts wäre besser. Ja, und dann können wir hier die Zeit schon mal ein klein bisschen schneller stellen. Und wir sehen auch schon, der Kontostand, der geht jetzt nicht mehr so rapide runter, sondern geht zwischendurch wieder hoch. Und klar, dann werden hier und da mal wieder Kosten abgezogen. Da geht er auch mal wieder ein bisschen runter. Aber damit gehen wir eben dann nicht mehr ganz so schnell pleite. Das heißt, die BGA ist schon noch ein großer, großer Schlüssel zum Erfolg. Hier jetzt natürlich erstmal ein etwas kleinerer Schlüssel. Aber dadurch sollten wir es schaffen, dann auch irgendwann mal zum größeren Geld zu kommen. So, damit wir Kreditzinsen etwas weniger haben, werden wir also hier 20.000 schon mal zurückzahlen. Entspricht ja immerhin ganzen 10% unseres Gesamtkredites, die wir damit schon wieder getilgt haben. Und ja, wir sehen, wir gehen nicht ins Minus, sondern wir sind da, ja, langsam in Richtung über die 1.000 angehen. Und da haben wir zum ersten Mal eine Zahl über 1.000. So, hier machen wir jetzt noch einmal schnell sauber. Wir können auch die Zeit ruhig mal noch auf 60 drehen. Aber gleich werde ich dann mit Fast Forward dann richtig schnell vordrehen, dass wir also zum nächsten Tag kommen. Was wir vielleicht noch kurz machen können, ist dann so um 8 Uhr mal kurz Halt machen und uns anschauen, wie die BGA dann eben anfängt loszulaufen. Erstmal aber eben, ja, damit wir dann schneller an die 8 kommen. Große Nachfrage für Raps, ja, Raps haben wir keinen mehr. Schade, das hätte sich gelohnt. Ähm, wir können ja auch mal hier schauen, dass wie vielfache es eben wäre. Das 1,6-fache. Naja, gut. Also es ist bei einer großen Nachfrage befindet sich der Faktor, der draufgerechnet wird, immer zwischen 1,5 und 2,0. Das heißt, mit 1,6 jetzt noch gar nicht so die heftige, dolle Nachfrage, aber natürlich klar, der Preis lohnt sich trotzdem, wenn man denn dementsprechend noch was davon im Silo hätte. Ja, ich habe ja gefragt, sollen wir unsere Silobestände aufheben bis zur großen Nachfrage, wenn sie dann nach und nach eintreffen für die einzelnen Früchte oder sollen wir direkt verkaufen? Und ja, es kam nicht viel Reaktion, aber die, die kam, war eben ja das Direktverkaufen oder eben über Missionen verkaufen, was ja also auch kein Aufheben, sondern Direktverkaufen ist. Und dementsprechend, ja, bin ich da jetzt nicht der alleinige Schuldige, dass wir jetzt nichts mehr im Lager haben für diese Nachfrage. Wenn das hier aber mit dem Geld durch die BGA jetzt etwas besser läuft, können wir uns natürlich überlegen, ob wir dann generell eher unsere Früchte ansparen und dann eben die größeren Profite machen. Allerdings hätte ich schon auch gerne möglichst schnell... Ah, wie viel Mist haben wir eigentlich? Ah, nicht ganz so viel, das lohnt sich noch nicht. Mist möchte ich dann nämlich zum Beispiel auch in die Kompostierung fahren, denn das ist, finde ich, für mich günstiger, als einen Miststreuer mir zu kaufen und es dann auf dem Feld als Dünger zu verteilen. So, dann fahren wir hier einmal zur Anlage hin, damit hier der Motor nicht die ganze Zeit Diesel verbraucht, schalten wir ihn aus. So, dann stellen wir die Zeit mal wieder runter und machen das hier über das Fast Forward. So, jetzt sehen wir also, die Anlage, der befüllt jetzt eben den Fermenter. Füllstand für Güllebonus, genau, das wäre dann, wenn wir Gülle, die könnten wir hier dann eben einfüllen. Und hier sehen wir auch eben, der Füllstand steigt jetzt erst, weil jetzt eben natürlich die Reste aus dem Fermenter dann hier reingeschoben werden. Und das können wir dann natürlich auch wieder als Dünger nehmen. Allerdings, was wir nicht machen können, ist das dort rausnehmen und dann wieder als Gülle zurückführen, denn das wird registriert, dass es sich hierbei eben um Gärreste handelt. Das heißt, irgendwann ist das Ganze hier voll und dann müssen wir eben schon auch schauen, dass wir uns bis dahin ein bisschen Gülletechnik angeeignet haben, dass wir es dann auf dem Feld verteilen können. Denn, einen Gülleverkauf gibt es auf dieser Map nicht mehr. Wir sehen zwar Gülle bei der BGA Hof, da wir dort hier Gülle einfüllen können, aber mit 0,0, wir bekommen dort eben kein Geld. Ja, generell die Frage, warum das mit 0,0 angezeigt wird, ob man das dann nicht hätte sogar weglassen können, aber egal. Das muss uns jetzt keine Sorgen machen. So, wir sehen also hier, das läuft eine Stunde immer von 8 bis 9 morgens sowie abends. Und ja, wir sehen also dementsprechend, wir konnten 28.000 noch was reinladen. Wir spulen jetzt mal vor und sehen hier, das ist also ziemlich, ziemlich leer geworden. Also, wir müssen jedes Mal auffüllen. Es gibt teilweise dann auch bei manchen Anlagen, da kann man also, wenn das voll ist, zweimal die Anlage durchlaufen lassen. Der TS-Gehalt im Fermenter, wie gesagt, der geht hoch, die Generatorleistung geht hoch und damit bekommen wir dann auch wieder mehr Geld, was sich natürlich für uns lohnt. So, was wir jetzt machen werden, ist, dass wir uns jetzt doch nochmal einen Anhänger schnappen und hier eben ein bisschen befüllen. Wir könnten auch Mist in die Anlage reinfüllen. Jedoch beim Mist ist es so, dass da der TS-Gehalt vom Mist nicht so hoch ist. Und dadurch, ja, ist es auch nicht so einfach, den TS-Gehalt im Fermenter dann hochzubringen. Deswegen neige ich eben eher dazu, da möglichst immer Silage reinzufüllen. Immer möglichst das Beste reinzufüllen. Auch wenn es vielleicht von den Werten manch andere Sachen gäbe, die auch sehr, sehr gute Werte hätten, habe ich die Erfahrung gemacht beim LS-13, dass es mit Silage eigentlich doch am einfachsten funktioniert. Je nachdem auch, was wir dort einfüllen, war es auch so, dass es verschiedene Abbauwerte hatte. Das heißt, es könnte auch sein, dass wenn wir jetzt alles komplett nur mit Mist befüllen, dass dann sogar der Füllstand nicht ausreicht. Wir brauchen ja gar nicht ganz voll zu machen. Ja, jetzt haben wir doch ganz voll. Also, dass es nicht ganz ausreicht, um die Anlage durchgehend zu befüllen, dass die vielleicht nach einer Dreiviertelstunde dann sogar schon leer ist. So, das kann man aber eben sich dann so ein bisschen beobachten. So, damit wir morgen früh um 8 Uhr eben wieder was an Füllstand drin haben. Tun wir also jetzt nochmal auffüllen. Und dann haben wir eben zwischen 9 Uhr und 20 Uhr Zeit, wiederum aufzufüllen. Gut. Dann den Rest gerade wieder wegkippen. Und dann geht's auf in den neuen Tag. Und ich würde einfach sagen, wir lassen jetzt sogar den Anhänger hier am Traktor dran, denn den können wir ja dann schon wieder gebrauchen, um den Drescher abzutanken. Ja. Das heißt, wir machen hier mal nur den Motor aus. Licht aus. Steigen aus. Spulen vor. Wir können sogar noch weitere 5 zurückzahlen. Also, wir sehen, das Geld steigt jetzt wirklich. Jetzt eben sogar noch ein klein bisschen schneller. Und ja, mit der neuen Ernte werden wir dann... Oh. Mischration 2. Mischbehälter voll. Okay. Das ist also die Mischration, die wir hier vorne stehen haben. Deswegen blinkt die jetzt auch gelb. Und beim Rübenschneider sind die Zuckerrüben leer. Ja, also, das hat er jetzt alles verbraucht. Da werden wir dann jetzt doch mal noch eben schnell vorbeischauen. Ja, hier die Mischanlage kann ja noch nicht arbeiten. Da fehlt noch Gras. So, F1. Hier sehen wir also Zuckerrüben leer. Mischration etwa 50%. Naja, könnte natürlich etwas besser sein. Aber, ja, da können wir dann natürlich, wenn wir vorgespult haben, auch noch mal ein paar Zuckerrüben nachfüllen. Kein Problem. Okay, jetzt eben erst mal Zeit weiter vorspulen. Hier um 0 Uhr sehen wir der Group Manager, der jetzt berechnet, dass die Früchte anwachsen. Jetzt sollte es auch eigentlich so weit richtig laufen, dass alles erntereif wird. Schauen wir mal. Ja, alles erntereif geworden. Wunderbar. Dann können wir also hier unsere fünf Felder dann ernten. Aber das machen wir nicht im dunklen, sondern im hellen. So, Wettermeldung ist ja nicht so besonders. Geh mal noch ein klein bisschen vor. So. Gut. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Und damit beende ich auch diese Aufnahme-Session. Wir sehen uns dann morgen in der neuen Aufnahme-Session mit dem neuen Tag und der neuen Ernte wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.